Der Gedanke des Teilens ist uns nicht vollkommen fremd, aber es ist einfacher, wenn diese Welt nur uns gehört. Was für eine Logik ist das mit dem? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir sind in der letzten Episode in Paradiso wieder einmal gewesen und haben geheiratet. Wir haben die Sarah geheiratet, sie ist jetzt meine Frau. Es ist so emotional gewesen. Naja, zumindest hat man es ihr nicht am Gesicht ablesen können, aber es war schon schön. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, vor allem auch mein Hochzeitskleid nicht gesehen haben solltet, schaut auf jeden Fall in die Playlist rein, wenn ihr am Anfang des Videos rechts um eine Ecke verlegt ist oder am Ende. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet und ihr könnt auch einen Daumen nach oben da lassen. Wir haben vom Paradiso dann direkt den Auftrag bekommen, dieses Schiff, ein unidentifiziertes Schiff, zu untersuchen. Und wir sollen die rufen, deswegen rufen wir die jetzt gleich erstmal. Mein Gott. Das klingt ja wie ein 56k Modem früher. Hallo, äh, hier spricht Spielbär-LP. Aua, 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 was zum Teufel. Das funktioniert wohl nicht. Ich werde sehen, ob ich andocken kann, damit wir an Bord reden können. Ohne Witz. Da haben sie doch einfach... Aaaaaah, da haben sie doch einfach ein 56k Modem ans Mikrofon gehalten. Ohne Witz, das klingt genauso, ey. Heiliges Blechle. Okay, dann wollen wir mal docken. Ich will noch mal ganz kurz... Huch. Ich dachte gerade, ich könnte das Interface ausschalten, aber offensichtlich nicht. Okay, egal. Dann docken wir mal an. Ich wollte mir das mal ohne Interface angucken, das Schiff. War das nicht Q? Egal. Ein mysteriöses Raumschiff. Faxgerät. Ja, oder Faxgerät. Irgendwas, äh, Retro-Tech-mäßiges muss das gewesen sein. Es könnte aber auch ein, äh, ein Festplattengeräusch gewesen sein. Captain, grüsel. Wenn man das sehr nah ans Mikrofon hält, so eine Festplatte, könnte das möglicherweise... Waffenbereiter? Waffenbereiter? Schön ruhig. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass es feindselig ist. Es? Ich stimme dem Captain zu. Jetzt ist Diplomatie gefragt. Wie es? Ja, aber wir müssen auf alles gefasst sein. Augen und Ohren offen halten. Wer ist es? Okay, mal gucken, was hier abgeht. Ich bin gespannt. Du bist ein Mensch? Ja, aber hallo, was habt ihr denn erwartet? Santa Claus? Natürlich bin ich ein Mensch. Ich nehme an, du hattest etwas anderes erwartet. Wir hatten nicht erwartet, auf Leben zu stoßen. Schon gar nicht auf Menschliches. Hä? Wir dachten, außer uns hätte niemand die Erde verlassen. Ach Gott. Schrecklich, der Gedanke, so lange von der Menschheit abgeschnitten zu sein. Ja, total schrecklich. Hängstigend. Wollen wir unsere Gäste nicht begrüßen? Natürlich. Meine Manieren. Ich bin Captain Diana Brackenridge. Das ist Security Officer Bomani Reader. Hm. Hm. Wie sie mich nicht anguckt, das ist auch wieder so geil. Das ist mir ein Vergnügen. Ja, hier bin ich, genau. Ja, hallo. Ich bin Spielwehr-LP und ich bin hier, um zu helfen. Ach, wie du vielleicht erahnt hast, sitzen wir etwas in der Klemme. Als unser Schiff nach fast 200 Jahren endlich ankam, war unsere neue Heimat bereits kolonisiert worden. Von... Das wissen wir nicht. Das ist ein Urlaubsparadies. Die Kommunikationsversuche waren vergeblich. Du kommst daher gerade recht. Vielleicht könntest du vermitteln. Zwischen uns und... Nun ja, den anderen. Oh, kann ich sie jetzt anlügen und sagen, ja, das sind alles Aliens da unten? Ich würde gerne mehr erfahren, aber vielleicht sollten wir erst aus dieser Luftschleuse raus. Oh ja, natürlich. Wo sind nur meine Manieren? Also dann, kommt bitte mit. Wir müssen erst mal einiges besprechen. Dazu gehen wir auf die Kommandobrücke. So, so. Folge Käpt'n Brackenridge. Danke, Käpt'n. Ich folge dir auf die Brücke. Da wir jetzt wissen, was da draußen ist, dürfte es in Zukunft interessiert werden. Wir haben uns um Gast nichts zu befürchten, aber wenn du darauf umstehst... Für den Fussgang mit Gefahren außerhalb des Schiffs wurden wir nie ausgebildet. Willkommen auf dem Erdkolonistenschiff Constant. Anfang der 2100er Jahre hat mein Vorfahr Rupert Brackenridge eine Reihe wissenschaftlicher Szenarien erforscht. Klimawandel, Asteroideneinschlag, Atomkrieg, globale Pandemie und mehr. Alle Szenarien haben ein Massenaussterben innerhalb der nächsten 50 Jahre vorhergesagt. Er war überzeugt, dass die Erde unbewohnbar werden würde. Und wir dachten, dass genau das geschehen ist. Er hat also die besten und klügsten Köpfe versammelt. Die Konst sind gebaut und Kurs auf diesen Planeten gesetzt. Das Schiff war damals das größte, fortschrittlichste Schiff, das je auf der Erde gebaut wurde. Ganze Generationen wurden auf diesem Schiff geboren, haben hier gelebt und sind hier gestorben. Der Beweis, dass die menschliche Genialität und Hartnäckigkeit keine Grenzen kennen. So, so. Irgendwie klingt das wie Elon Musk so ein bisschen, der Vorfahr von ihr, ne? So ganz leicht. Das soll so bleiben. Kommt so ein bisschen hin mit den Ansichten und so, vielleicht. Unsere Ausrüstung ist zwar alt, aber... Es ist ein Wunder, dass das Schiff mit derart veralteter Technologie überhaupt navigieren konnte. Ich komme mir vor wie in einem Museum. Tja, aber es sieht doch gar nicht so anders aus im Vergleich zu unseren Schiffen irgendwie. Keine Ahnung, die Computer sind exakt gleich. Die Bildschirme sind auch gleich. Das sieht genauso aus wie in der UC-Kommandozentrale. Also was ist jetzt das Problem, Sarah? Was ist denn jetzt antiquiert davon? Ja, okay. Sie haben vielleicht ein bisschen viel Papier noch, das sie verwenden. Wenn du jetzt hier bist, hat meine Crew endlich die Chance auf ein neues Leben. Aber das ist bei den anderen Schiffen auch so. Da liegt auch haufenweise Ordner und Papier rum. Klingt, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Naja, wie schon gesagt, alle unsere Kommunikationsversuche sind gescheitert, bis du aufgetaucht bist. Aber versucht haben wir es. Aber wenn du schon fragst, vielleicht könntest du als diplomatischer Kanal zwischen uns und ihnen dienen, damit wir eine Lösung finden. Wäre das für dich akzeptabel? Die Leute auf Paradiso wollen dasselbe. Bin dabei. Ah, sie haben also einen Namen. Paradiso. Ha. Es klingt vielversprechend, dass sie dich zu uns geschickt haben. Wir beabsichtigen, diesen Planeten zu besiedeln. Aber da sie schon hier sind, werden sie ihren Anspruch verteidigen wollen. Wir möchten, dass du uns vertrittst und uns hilfst, eine Lösung auszuhandeln, die im Idealfall uns begünstigt. Nehmt euch doch einfach ein Zimmer da auf dem Planeten. Kein Problem, solange du mir sagst, was ich mitteilen soll. Wunderbar. Aber eines muss klar sein. Das ist unser Planet und wir wollen, dass sie das einsehen. Na, okay. Ich spreche mit ihren Anführern. Versuche, eine Lösung für uns zu erzielen. Vielleicht kannst du ihnen unsere Sichtweise vermitteln. Das kann ja was werden. Erstatte mir dann hier Bericht und wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber keine Garantie, dass ich sie überzeugen kann. Bist du noch ganz bei Trost drauf, werden sie unmöglich eingehen. Porima 2 ist riesig. Warum besiedelt ihr nicht die andere Seite, fern von den anderen? Daran haben wir auch gedacht, aber das funktioniert nicht. Ich muss die Zukunft unserer Leute im Blick haben. Die erste Siedlung mag ja klein sein. Aber unsere Vorgänger wollten, dass sich unsere Zivilisation auf dem Planeten ausbreitet. Hä? Das wird schwierig, wenn jemand anderes das Gleiche vorhat. Der Gedanke des Teilens ist uns nicht vollkommen fremd. Aber es ist einfacher, wenn diese Welt nur uns gehört. Was für eine Logik ist das, Mädel? Jesus Christ, der Planet ist gigantisch. Diese Kolonie, die da ist, die Paradiso, die ist vielleicht nicht mal ein Prozent der Oberfläche. Ach, was sage ich? 0,001 Prozent wahrscheinlich im Promillebereich oder so. Ach, von mir aus, geht klar. Danke und viel Glück. Okay, ganz merkwürdige Logik. Der Planet gehört uns komplett alleine. Ja, Captain Squatters Chips Office. Moment, nicht verlaufen jetzt. Was? Ich habe gar keine Waffe in der Hand, du Vollidiot. Jesus Christ, ey. Sarah? Ach, ich müsste eigentlich wissen, wer das ist, aber es ist mir entfallen. Ja, man kann ja nicht alles wissen. Na, guck mal, Hydroponie. So haben sie sich am Leben erhalten. Das ist aber ganz schön kleiner, hydroponischer Bereich. Damit haben die die ganze Crew ernährt? Naja, ich weiß ja nicht, ey. Das wirkt ein bisschen mickrig, ehrlich gesagt. Im Vergleich zur Menge der Besatzung, die die hier haben. So, dann mal los. Cockpit. Und dann runter zu Paradiso. Ich bin gespannt. Aber docken. Und dann schauen wir mal, dass wir fahren. Aber die haben ja auch irgendwie so ein bisschen... Entkoppeln abgeschlossen. ...einen leichten Riss an der Schüssel irgendwie, glaube ich. Die Erdlinge da. Das ist ein bisschen krass, was die da so verlangen. Da werden die sich ja auch nicht drauf einlassen in Paradiso. Kann ich jetzt schon sagen. Weil das auch einfach schwachsinnig ist. Also, den Planeten teilen ist doch eigentlich eine völlig valide Option, oder nicht? Also, würde ich jetzt mal behaupten. Warum sollte man denn diesen riesigen Planeten nicht teilen können? Das dauert Jahrhunderte, bis die sich ausgebreitet haben. Über die halbe Größe der Oberfläche alleine schon. Ach, was sage ich? Wahrscheinlich sogar Jahrtausende bei der Menge der Menschen, die da besiedeln. Und das hier ist ja nur ein Urlaubsparadies. Die Frage ist, wie stark sich das hier überhaupt ausbreitet. Wahrscheinlich gar nicht so krass, schätze ich mal. Kommt halt drauf an, wie viele Leute Urlaub machen wollen, ne? Aber das ist ja kein... Na ja. Ist ein bisschen komisch, die Logik, muss ich sagen. Also, vor allem die wissen ja gar nicht mal irgendwas über die Kolonie hier. Die haben ja überhaupt keine Ahnung und sagen aber trotzdem, ja, Koexistenz funktioniert nicht. Und vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, etwas zu essen oder zu Tranquility zu gehen. Sag mal, willst du jetzt mir die ganze Zeit immer reinreden? Ich parke dich gleich im Raumschiff für den Rest der Flitterwochen, wenn du jetzt hier die ganze Zeit mir reinlaberst in meine Gedanken. Das geht so nicht. Ich muss hier meine Gedanken meinen Zuschauern gegenüber äußern können. Ohne... Du kannst hier nicht einfach rein stürmen. Bitte was? Hast du einen Termin? Gewissermaßen schon, ja. Ihr habt dein Schiff im Orbit und ich will helfen. Oh, dann warten schon alle auf dich. Brauchst du noch etwas von mir, bevor du dich mit dem Vorstand triffst? Von dir? Ich bin bereit. Dann viel Spaß im Haifischbecken. Und keine Sorge, sie nennen es selber so. Na dann. Eigentlich wären wir ja das perfekte Ziel für Piraten. Aber die wissen, was sie hier erwartet? Du musst mal deine Stimme sauber machen. Die klingt, als wenn du durch ein Mikrofon sprichst. Ich finde einfach, wir sollten uns auf die natürliche Schönheit des Planeten konzentrieren. Da draußen gibt es Millionen anderer Planeten, die man besuchen kann. Die Resort-Einrichtungen sind doch genau das, was uns von ihnen unterscheidet. Sie sind sogar das Einzige, was wir wirklich zu bieten haben. Ich will aber nicht riskieren, dass wir wie ein künstliches, dubioses und vermülltes Dreckloch wie Neon wirken. Tja. Wir sind anders. Wir haben hier etwas Besonderes. Konzentrieren wir uns darauf. Ich nehme mir etwas Zeit für dich, aber fass dich kurz. Mir wurde gesagt, dass ich mit dir über das seltsame Schiff im Orbit reden soll. Giro sagt, du kommst in diplomatischer Mission? Herzlich willkommen. Normalerweise würde ich dir ja erstmal einen All-Inclusive-Aufenthalt anbieten. In Anbetracht der Umstände komme ich einfach direkt auf den Punkt. Unsere Freunde, die Aliens da oben, bereiten unserem Resort alle möglichen Probleme. Das sind keine Aliens? Na, gefällt dir das? Ist von unserem Marketing-Team. Die Idee ist die, falls wir sie nicht loswerden, könnten sie noch mehr Touristen anlocken. Kommt und erlebt die Aliens! Ich sehe schon, wie der Kompromiss wahrscheinlich aussieht. Die siedeln sich in der Nähe an und werden dann zur Touristenattraktion. Als Museumsschiff, als lebendes Museum quasi. Pass auf. Kommen wir einfach direkt zur Sache. Es ist ein Generationen-Schiff voller Kolonisten von der Erde. Sie waren 200 Jahre unterwegs. Wow, interessant. Sie werden sich garantiert nicht verziehen, wenn wir sie einfach nur höflich darum bitten. Hä? Also Leute, was sollen wir unternehmen? Ich brauche ein paar gute Vorschläge. Irgendwas, womit ich arbeiten kann. Sie könnten sich doch hier niederlassen. Platz dafür wäre mehr als genug. Tja, eigentlich schon. Aber es würde sie einiges kosten. Und sie müssten ihre Schulden abarbeiten, bevor sie wieder gehen können. Wohl kaum. Aber könnten wir nicht ihr Schiff mit einem Grafantrieb ausrüsten, damit sie ein neues Zuhause finden? Unsere Techniker könnten ihnen helfen und die Sternenkarte ihres Käpt'ns aktualisieren. Wäre das nicht was? Klingt teuer. Wir können diese Kosten nicht tragen. Vermutlich besitzen sie nicht mal eine kompatible Währung oder ausreichend Sachwerte. Jemand müsste die Kosten für uns übernehmen. Warum guckst du mich da so an? Ganz ehrlich, am besten wäre es, dieses Schiff würde einfach nicht mehr existieren. Aber Seamers Vorschläge sind für mich okay. Sag mir einfach, was du machen willst. Äh, Moment. Ihr wisst überhaupt nichts über die... Das ist auch geil. Die oben wissen nichts über die hier unten. Wie die sich das vorstellen. So, und die unten wissen nichts über die oben. Wollen es aber auch nicht wissen. Das ist das Geile. Die interessieren sich überhaupt nicht dafür. Die hier oben wollen ihren Kopf durchsetzen und die hier unten wollen ihren Kopf durchsetzen. Irgendwie echt krass. Sie können also hier leben, wären dann aber Leibeigene. Wieso muss ich den Grafantrieb kaufen? Nicht mehr existieren. Willst du damit sagen, ich soll das Schiff zerstören? Warum kann sich nicht irgendeine Behörde darum kümmern? Warum können sie nicht einfach die andere Seite des Planeten besiedeln? Ja, das wollen sie ja auch nicht. Das wollen sie ja selber nicht. Tatsächlich. So habe ich das nicht gesagt. Es wäre ein Deal, bei dem sie Kost und Logis im Austausch gegen Dienstleistungen erhalten. Natürlich lässt sich nicht sagen, wie lange dieser Deal dauert. Schließlich würde ihre kurz- bis mittelfristige Unterbringung und Verpflegung für uns einen enormen Kostenaufwand bedeuten. Langfristig würde das Resort allerdings Betriebskosten einsparen, da wir einen Teil unseres bezahlten Personals entlassen könnten. Wieso? Die müssen doch nicht mal irgendwie einen Kontakt haben. Die können doch theoretisch... Die haben doch in ihrem Kolonieschiff bestimmt Equipment dabei, um eine eigene Siedlung zu bauen. Sonst wäre es ja kein Kolonieschiff. So, das heißt, die brauchen doch gar nichts von euch eigentlich. Naja. Wieso muss ich den Grafantrieb kaufen? Weil es nicht unsere Aufgabe ist, die Kosten dafür zu stemmen. Außerdem haben wir schon angeboten, dass unser Technikerteam sie bei der Installation unterstützt. Spezial gefertigte Grafantriebe sind nicht billig. Und ich nehme an, dass sie weder das Geld noch die Verbindungen haben, um an solch eine Technologie zu kommen. Warum ist deine Stimme tiefer geworden plötzlich? Bei dieser Verhandlung nur eine weitere Partei. Du. Ähm... Ja... Äh... Können sie nicht einfach auf der anderen Seite siedeln? Ich frag trotzdem mal. Dieser Planet gehört uns, nicht Ihnen. Ja, dasselbe Problem. Also, überlassen wir nichts dem Zufall. Wer weiß, was diese Leute mit ihrem Land anstellen werden. Stell dir nur die möglichen landschaftsgestalterischen Katastrophen vor und wie das die Satellitenbilder in unseren Boschüren verschandeln könnte. Was? Nein. Wenn sie hier leben wollen, müssen wir sie in unsere Kultur einbinden, anstatt alles dem Zufall zu überlassen. Okay, Moment mal bitte. Das ist auch schon wieder so schwachsinnig. Er beschwert sich darüber, dass Satellitenbilder verschandelt werden. Also, es ist ja allgemeiner Konsens, dass wir die Erde nicht gerade gut behandeln. Okay? Hä? So. Man kann aber auf Satellitenbildern von der Erde nicht auf den ersten Blick sehen, dass wir die Erde zerstören. Also, nicht so, wenn man die ganze Erde von oben betrachtet. Also, ja, vielleicht punktuell kann man das sehen, aber man kann das nicht in der großen globalen Perspektive sehen. Und die haben vielleicht einen ganz, ganz kleinen Bruchteil des Planeten dann für sich. Und er macht sich darüber Sorgen, dass die ... Hä? Also, keine Ahnung. Das ist auch schon wieder so schwach. Egal. Außenpostenverwaltung. Ah, das ist ja meine Spezialität. Ich glaube, ich kann eine Vereinbarung aushandeln, mit der du gut leben könntest. Danke für das Angebot. Aber meine Antwort lautet trotzdem nein. Falls das scheitert, könnte das Problem schnell außer Kontrolle geraten. Falls sie hier siedeln, dann nur unter unseren Bedingungen. Tut mir leid. Riesenplanet. Nee, das geht nicht. Genau. Hä? Vor allem beide sind davon überzeugt, dass es nicht geht. Hä? Ich werde sie davon überzeugen, sich hier niederzulassen. Ich kaufe den Grafantrieb und bringe sie dazu, sich anderswo anzusiedeln. Mal rein theoretisch. Wie könnte man so ein Schiff verschwinden lassen? Das wollen wir gar nicht erst in der Wegung ziehen. Und wenn sie trotz allem weiter darauf bestehen, dass ihr Anspruch auf diesem Planeten älter ist? Damit würden sie vor keinem Gericht durchkommen. Unser Anspruch geht Jahre zurück. Er wurde aufgrund der Zentaurus-Erklärung bei den Colonies und dem Freestar Collective registriert. Wir sind zwar nicht Teil der besiedelten Systeme, aber offizieller geht es nicht. Tut mir leid, aber du wirst ihnen klar machen müssen, dass sie entweder Kompromisse machen oder von hier verschwinden müssen. Ein Mini-Planet? Naja, aber selbst ein kleiner Planet in Relation zu einer Siedlung ist immer noch riesig. Selbst der Mond ist immer noch riesig im Vergleich zu einer Siedlung auf der Oberfläche. Ich kaufe den Grafantrieb und bringe sie dazu, sich anders anzusiedeln. Ich glaube, ich muss diesen Grafantrieb kaufen. Weil wenn ich sie davon überzeuge, sich niederzulassen, dann erzeuge ich ja im Grunde nur Konflikte, die dafür sorgen, dass die sich irgendwann sowieso in die Haare kriegen. Weil die können sich anscheinend eh nicht leiden. Und die wollen bestimmt auch nicht als Leibeigene da unten leben. Das heißt, ich bezahle den Grafantrieb. Der kann nicht teuer sein. Ich habe schon welche gekauft. Ausgerechnet Hobtec. Wow, was ist mit dir mit deinen Schatten? Wenn die Alternative die Zerstörung ihres Schiffs und ein Leben in Knechtschaft ist, dürfte das die beste Chance für diese Menschen sein. Okay, ich danke dir im Namen der Paradiso Group für deine Hilfe. Balaam hat recht. Danke, ich... Wir wollen nicht mit Neon konkurrieren. Oh Gott, schnell raus hier. Also ich finde, tatsächlich geht es gar nicht so sehr darum, dass die dann in Knechtschaft leben. Es geht eher um die langfristige Perspektive. Weil am Ende des Tages, wenn die die ganze Zeit immer für ihre Anwesenheit bezahlen müssen, dafür, dass sie überhaupt da sind, dann wird es früher oder später Konflikte geben, weil die sich das auf Dauer nicht bieten lassen werden. Und die haben ja selber auch noch den alten Anspruch auf diesen Planeten, der ja nicht mehr gültig ist. Aber das kann man denen auch schwer erklären, weil die ja auf dieser rechtlichen Grundlage argumentieren. Und das ist halt auch dann schwierig. Das heißt, man sollte diese ganze Sache mit diesem Planeten hier komplett vergessen und denen lieber irgendwie ermöglichen, dass sie sich woanders niederlassen. Mal sehen, ob sie das überhaupt akzeptieren. Weil wie gesagt, ihr alterrechtlicher Anspruch für sie selber gilt ja ja noch. Und die haben das ja gar nicht mitgekriegt, was in der Zeit seitdem passiert ist. Die wissen ja gar nicht, dass sich so viel verändert hat. Das heißt, die Frage ist, ob sie die neue rechtliche Situation überhaupt akzeptieren. Das ist jetzt so die Frage. Das werden wir jetzt gleich rauskriegen. Also jetzt muss ich erst mal eh zu Haupttächt. Ausgerechnet Haupttächt. Okay, ich meine, ich hätte lieber Stroud Edmund, ehrlich gesagt, genommen als Werft, aber okay. Gehe zu Haupttächt. Kurs festlegen. Auf zu Haupttächt. Haupttächt. Landen. Dann sind wir nämlich direkt da. Dann müssen wir nicht die ganzen Animationen durchtingeln. Mit dem Grafantrieb sieht sie binnen Stunden woanders. Das stimmt natürlich, ja. Sie können damit ganz schnell sich einen neuen Planeten suchen. Die Frage ist eben, ob sie sich, wie gesagt, darauf einlassen. Ob das eine akzeptable Lösung für sie ist. Wie gesagt. Werden wir gleich sehen. Ich meine, ich bin mal gespannt, wie teuer das jetzt wird. Was, was, was? Wer ist idealistisch? Huch, Gott. Warte, nur hier! Wie sie mich bei Haupttächt gleich alle angreifen. Hallo? Na toll, äh. Heißt das jetzt, dass ich die Aufgabe nicht mehr erledigen kann? Alter, scheiße. Was war denn das? Ohne die Fabrik wären wir Staub. Okay, alle beruhigen sich wieder. Das waren, glaube ich, noch... Das waren noch die letzten Securities von dem Hope... äh, 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 Ron Hope, äh, Ding. Ach du Scheiße, Mann. Hab ich mich gerade gerissen, ey. Ich dachte, aber jetzt nicht damit gerechnet, dass mich hier einer verprügelt, wenn ich hier reinkomme. Behandelt ihr alle Kunden so? Das gibt's ja nicht. Mach mal hier die Waffe runter jetzt. Nur noch drei, dann ist Pause. Ja, sehr schön. Oh, wir sparen Gewicht, wenn wir den Pilotensitz rauswerfen. Stattdessen einen Polstersessel? Ja, genau. Du kennst dich doch mit Grafantrieben und Schiffsteilen aus. Ich brauche einen Gefallen. Da bist du beim Richtigen. Wie kann ich helfen? Bin zwar beschäftigt, aber ein bisschen Zeit findet sich schon. Oliver Campbell schickt mich, ich bin wegen eines Grafantriebs für ein altes Kolonistenschiff hier. Oh, warum hast du das nicht gleich gesagt? Klar kann ich dir helfen. Das hat mir sein Kurier schon erzählt. Ich hab mich über die Schiffe dieser Zeit schlau gemacht und weiß ungefähr, womit wir es zu tun haben. Na toll. Grafantriebe haben sich erst nach dem Bau dieses Schiffes durchgesetzt. Aber es gibt da einen uralten Grafantrieb, der kompatibel sein dürfte. Mit ein paar Anpassungen. Ist auch noch ziemlich gut in Schuss. Billig sind weder das Teil noch die Arbeitszeit. Aber wenn du beides im Doppelpack bezahlst, sind wir im Geschäft. Im Doppelpack? 40.000! Ich hatte ja keine Ahnung, wie teuer das ist. Ich werde nicht zahlen. Das macht nichts, wir können es sofort wieder da reinbringen. Überzeugen, warte mal. Das ist echt viel verlangt. Wir drücken den Preis mal. Diese alten Grafantriebe sind sehr selten. Das ist doch nicht mein Problem. Drei Züge habe ich. So warte mal, wofür hältst du mich? So viel würde niemand zahlen. Der Gewinn ist doch nichts im Vergleich zu der Freiheit, die du diesen Leuten schenken würdest. Irgendwie glaube ich, das Argument wäre zu schwach. Wie lange hast du dieses alte Teil schon? Und bisher wollte es niemand kaufen. Ich will aber nicht einfach auf ein Angebot weit unter seinem Wert eingehen. Dieses Teil ist ungemein schwierig zu bekommen. Diplomatie, beruhigen wir uns... Beruhigen wir uns doch beide für einen Augenblick und sehen wir, ob sich das nicht lösen lässt. Das hoffe ich sehr. Okay, also schenken kann ich dir das Teil leider nicht. Aber da es um eine gute Sache geht, kann ich dir die Arbeitskosten erlassen. Na dann. Okay, 25.000 klingt schon mal vernünftiger. Und ob sie das ist? Ich mache mich sofort an die Arbeit. Du solltest dem Käpt'n des Schiffs sagen, dass sie sich auf die Nachrüstung vorbereiten müssen. Standardprozedur. Jemand an Bord weiß bestimmt Bescheid. Wir schicken das Teil rauf, wenn es bereit ist und installieren es dann mit Olivers Leuten. Schön mit dir zu arbeiten. Die Rettung dieser Kolonisten hat mich 25.000 gekostet. Und ich war gerade wieder über die 300.000er Marke gekommen. Jetzt bin ich wieder drunter. Hervorragend. Toll. Na hoffentlich ist wenigstens Sarah zufrieden. Es geht immer nur alles ums Geld. Hier liegen sie schon wieder alle und schlafen hier bei Ron Hope, hier bei Hope Tech. Eure Mitarbeiter sind alle faul. Ron Hope verkörpert die Redewendung. Keine Kostenscheuen. Nee. Ron Hope verkörpert die Redewendung. Wenn du etwas willst, musst du es aus meinen kalten, toten Fingern holen. Und der ist jetzt tatsächlich auch ziemlich kalt, der Ron Hope. Das war eine Glasscheibe. Erstmal schön gegen die Glasscheibe rennen. Ja. Nee, Ron Hope ist Geschichte. Den haben wir ja schon abserviert. Oder er wollte, dass wir ihn abservieren. Da hätte mich aber mal interessiert, ob man Ron Hope auch hätte verschonen können und ihn genau wie den Piratenboss in den Knast hätte bringen können. Das würde mich mal noch interessieren. Bestimmt hätte man das irgendwie noch anders lösen können. So, dann wollen wir mal, gehen wir mal gleich wieder in die Schnellreuse. Die Schnellreuse, die Schnellreuse, Kurs festlegen. Mit Schmiergeld. Ja gut, Schmiergeld. Ohne Schmiergeld und so, dass er halt, äh, seine Strafe auch bekommt, seine Gerechte. Aber ohne, dass er halt stirbt, wenn du verstehst. Ah, mit ihm müssen wir sprechen. Ein guter Ingenieur ist immer gefragt, ob er es weiß oder nicht. Armin. Ich hatte gehofft, mit unserem Gast aus dem All sprechen zu können. Und da bist du. Yay. Du kriegst Arbeit. Ich habe eine Million brennender Fragen. Aber ich will dich nicht überfordern. Dafür ist später noch Zeit. Bitte gestatte mir nur einige wenige. Wie hast du das gemacht? Hat die Menschheit unser armes, altes Schiff mit Überlichtgeschwindigkeit überholt? Astrodynamik. Wir haben einen Gravitationsantrieb. Ich könnte dir viel über die technischen Hintergründe erzählen. Oh, von der Technologie habe ich gehört. Wir dachten, sie seien nur theoretischer Natur. Vielleicht können wir später darüber reden. Du hast bestimmt Wichtigeres zu tun. Ich warte schon so lange. Da macht das bisschen auch nichts mehr. Oh, ich habe so viele Fragen. Aber ich bin unhöflich. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Chef Ingenieur Kasimi. Aber nenn mich Armin. Und ich darf ergänzen, ich bin einer der Gründe, warum wir immer noch fliegen. Sehr schön. Toll. Ich bin Spielwehr-LP. Ich muss mit dir über etwas reden. Für meine neue Bekanntschaft tue ich alles. Der hat doch schon lange keinen mehr neuen kennengelernt, glaube ich. Ich sollte dir helfen, das Schiff mir den Grafantrieb vorzubereiten. Welchen Grafantrieb? Oh Gott. Der Typ, ey. Der Typ, ey. Mal sehen, was wir tun müssen. Hm. Okay. Das wird lustig. Ich hoffe bloß, dass uns dabei nichts um die Ohren fliegt. Ha! Ich habe gerade gehört, dass der Antrieb da ist. Und? Bist du bereit? Ich? Ich wurde bereit geboren. Okay, sehr schön. Du musst drei Sachen für mich erledigen, während ich meinen Teil der Vorbereitung erledige. Als erstes musst du bitte die Energie von der Backbord-Turbopumpe zum Kryo-Zusatzkühler umleiten. Setze dann die Funktion des Plasma-Ablauf-Inhibitors auf 5%. Als letztes musst du die Gehäuse der Magnetflanschrohre von der Zusatzmodulgruppe entkoppeln. Alles klar? Dann mal los. Die Magnetflanschrohre. Also, ich muss den Doppel-Oszillator mit der Kryogenikpumpe zwischenpushen und dann invertieren. Alles klar. Technik-Überwachungs-Computer. Gucken wir mal hier rein. Zugriff gewährt. Plasma-Ablauf-Inhibitor. Plasma-Kanone-Aktuatoren-Gruppe. Was hat er gesagt? Hier, 95%. Oder so. Keine Ahnung. Zugriff gewährt. Moment, muss ich das alles hier machen? Ah, ne, warte, hier drüben muss ich schon noch was machen. Hallo. Hallo. Ich glaube, ich muss ihn nochmal fragen. Technik-Überwachungs-Computer-Alpha. Was haben wir da? Kryo-Kühler-Zusatz-Primär-Backbord-Steuerbord. Ach du, Schande. Hat er nicht gesagt, um 5% reduzieren? Hier, erzähl nochmal. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was ich tun muss. Wir müssen insgesamt drei Dinge... Leite die Energie von der Backbord-Turbopumpe zum Kryo-Zusatz-Kühler um. Setze die Funktion des Plasma-Ablauf-Inhibitors auf 5%. Entkoppelt die Gehäuse der Magnet-Flanschrohre von der Zusatz-Module. Okay, 5%. Ja, ich hab's halt mit Zahlen. Was soll ich machen? Ihr Glück da draußen. Okay, ich löse dich roten Alarm aus. Okay, pass auf. Jetzt habe ich, jetzt weiß ich, Ablauf-Inhibitor. Ah, da kann ich noch runterscrollen. Ja, okay. Da, guck. Haben wir gemacht. So, Germany's Next Top-Computer hier. Mach mal hier. Komm, Alpha. Alles Alpha. Siehste, Techniküberwachung. Kryo-Kühler-Umsatz. Primär-Backbord, Steuerbord, Backbord, Turbopumpe, Steuerbord, Backbord. Was zur Hölle? Äh, Kryo-Kühler-Zusatz-Pumpe war es, glaube ich. Energie umleiten zu... Nein, stopp, Moment. Nochmal zurück. Das frage ich nochmal. Jetzt kriegt's ja gleich einen Anfall. Pass auf. Ein 200 Jahre... Stimmt das nicht? Erzähl nochmal. Es bleibt immer noch etwas zu tun. Leite die Energie von der Backbord-Turbopumpe zum Kryo-Zusatz-Kühler um. Okay, Backbord-Turbopumpe zum Kryo-Zusatz-Kühler. Scheiße, ey. Das ist hier so eine Memory-Aufgabe. Backbord-Turbopumpe. Backbord-Turbopumpe zum Kryo-Zusatz. So. Und was war das andere jetzt? Da steht einer hier am Terminal. Ich muss mal deinen Computer benutzen. Ich greife ihm einfach in die Tastatur rein. Technik-Überwachungs-Kolle. Zusatzmodul-Aktuator. Das war was mit Flansch. Äh, Magnetinhibitor-Flansch-Gehäuse. Zum Flanschrohr oder so. Zusatzmodul-Magnet-Flansch-Gehäuse. Kühlflansch. Zusatzmodul-Aktuator war es, glaube ich. Neukoppeln. Zum Kühlflansch-Zusatz oder so. Anweisung abschließen. Nicht möglich. Okay, scheiße. Ich muss ihn nochmal fragen. Ich habe es schon wieder vergessen. Also nochmal, was? Wenn die anderen wüssten, stimmt was nicht? Sache nochmal mit dem Flansch. Es bleibt immer noch etwas. Ja. Magnet-Flansch-Rohre entkoppeln von der Zusatzmodul-Gruppe. Da. Bitte auf dem Weg nach draußen nichts an. Ja, doch. Den Computer fasse ich an. Also, Magnet-Flansch-Gehäuse. Das wird wohl das sein, oder? Entkoppeln von der Zusatzmodul-Gruppe. Yes. Oh, Jesus Christ. Werde hier noch zum Raumschiff-Chef-Ingenieur. Sieht aus, als wäre bei uns beiden alles glatt gelaufen. Jetzt kommen wir also endlich im Handumdrehen überall hin. Das ist phänomenal. Du sagtest, du hast mehr Fragen. Ja, unendlich viele. Hat jeder sein eigenes Raumschiff, so wie du? Äh. Neben Menschen nur auf von Natur aus bewohnbaren Planeten? Oder gibt es Terraforming? Tut das nicht weh am Nacken? Sind wir in Kontakt mit Aliens? Ich habe noch so viele Fragen. Aber ich will dir nicht die Zeit stehlen. Ich habe erst mal keine Zeit für... Viele Leute haben Schiffe, aber nicht alle. Ich wusste es. Unglaublich. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Zu Zeiten unserer Vorfahren konnten nur die superreichen Schiffe bauen. Auch diese Schiffe waren nur möglich, weil unsere Familien fast ihr gesamtes Geld zusammengelegt haben. Bärchen, einfach der neue Scotty. Es wäre jetzt lustig gewesen, wenn ich was falsch gemacht hätte und das Ding wäre explodiert. Kein Terraforming, aber es gibt Kolonien auf unwirtlichen Planeten. Das wundert mich nicht. Um einen ganzen Planeten zu terraformen, bräuchte man Unmengen von Energie. Ich nehme an, dass diese Kolonien allein zum Abbau seltener Ressourcen dienen, da es hier draußen eine nahezu unbegrenzte Auswahl an bewohnbaren Planeten gibt. Er sieht echt schmerzhaft aus, wie er seinen Kopf so zu mir dreht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Bequem sieht das nicht aus. Kannst du dich nicht einfach zu mir drehen, wie jeder normale Mensch? Keine Ahnung. Soweit wir wissen, gibt es kein intelligentes Leben. Äh, das würde ich so nicht sagen. Wir haben doch gerade eben erst in der Hauptmission geklärt, dass es da offensichtlich noch andere gibt. Aber okay. Enttäuschend. Aber nicht unerwartet. Und die haben doch ganz viele andere Eier. Als du aufgetaucht bist, habe ich den anderen das Fermi-Paradoxon erklärt. Die wahrscheinlichste Erklärung für dein Auftauchen war, dass die Menschheit schnellere, fortschrittlichere Technologie entwickelt und uns überholt hat. Ich hatte wohl recht. Aber keine intelligenten Kappa. Ja gut, nee, doch. Wir haben doch diese Aliens mit den Artefakten. Die Artefakt-Aliens haben wir doch getroffen schon. Ich habe erst mal keine Zeit für weitere Fragen. Ach, danke, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Ich kann ein wenig anstrengend sein, sagt man mir. Wenn ich dir also auf die Nerven gehe, sag Bescheid. Ach, alles gut. Bei so einem alten Schiff hast du sicher viele heldenhafte Ingenieursgeschichten. Okay. Bis dann. Lassen wir ihn mal in Ruhe. Jetzt müssen wir mal mit dem Kapitän reden. Und dann gucken wir mal, was rumkommt. Command Bay. Auf in die Command Bay. Käpt'n, mein Käpt'n. Wir haben es. Ich lasse meine Crew nicht im Stich. Wie sie sich regelt. Wir dachten nicht, dass hier jemand ist. Aber ich freue mich darüber. Der Grafantrieb ist installiert. Warte, der ist schon installiert? Okay. Was sagt man dazu? Sieht ganz so aus, als wären uns jetzt keine Grenzen mehr gesetzt, dank dir. Die Techniker haben sogar unsere Ausrüstung verbessert, damit wir mit vorbeifliegenden Schiffen reden können. War offenbar recht einfach. Danke noch einmal für alles. Überhaupt kein Problem. Freut mich, dass es geklappt hat. Ohne dich säßen wir hier noch immer fest. Du hast das Unmögliche möglich gemacht. Ich werde dafür sorgen, dass unsere Zivilisation deine Großzügigkeit niemals vergessen wird. Jawohl. Ich weiß nicht, ob wir unsere Schuld je begleichen können. Danke. Es reicht, wenn ihr mir 20.000 zurückgebt. Kaliber hinzugefügt. Wir können uns mal wieder vor einem schrecklichen Wäsche und Pfarrungsgespräch. Äh, antiker, irdischer Baseball hinzugefügt. Antikes Sparschwein hinzugefügt. Antiker, irdischer Fußball hinzugefügt. Die haben mir ihren ganzen Müll gegeben. Ihren ganzen Schrott. Antiker, irdischer Hockeyschläger hinzugefügt. Warte mal, es gibt doch so Antiquitätenläden. Vielleicht können wir das da verkaufen, glaube ich. Mal gucken. Äh, warte mal hier. Ist das dann Sonstiges? Antiker, irdischer... Oh, 5.000. Okay. 4.000. 5.500. 3.000. Okay, das ist aber schon mal gar nicht schlecht. Alter, das ist Sparschwein. Hehehehe. Äh, geil, äh, okay. Ist gar nicht so schlecht. Ja, haben sie mich schön entlohnt mit Antiquitäten. Wie schwer ist denn der Spaß? Oh, heiliges Blechle, Alter. Das ist richtig schwer, das Zeug. Das müssen wir mal verkaufen irgendwo bei Gelegenheim. Wieso müssen die überall so viel Quatsch? Naja, so ist das halt in einem Rollenspiel. Oder kennst du ein Rollenspiel, wo nicht gequatscht wird? Ja, Diablo, okay. Meine Güte. Aber es ist halt, äh, es ist halt ein Rollenspiel. Da wird halt viel geredet. Ah, guck mal. Hier haben wir eine Ahnensammlung. Boris Breckenridge. Alexander Breckenridge. Diana Breckenridge. Felipe Breckenridge. Elisa Breckenridge. Weil, das sind die Vorfahren jetzt, oder was? Matilda Breckenridge, das sind die Vorfahren. Aber, aber, Moment mal. Ist das jetzt so ein Schiff, wo die immer wieder Kinder zeugen? Und dann die Kinder dann irgendwann das Kommando übernehmen? Oder, weil irgendwie müssen die das doch bis hierhin dann geschafft haben, oder nicht? Das ist ja dann verrückt. Weil ich sehe keine Kürkapseln oder so. Dann haben die sich wohl so über die Generationen hier so hochge... Oder weiter in den Weltraum vorangevögelt, quasi. Wir haben hier strenge Regeln. Generationenschiff. Ja, genau. Äh, so nennt man das, glaube ich. Aber ganz schön, äh, eingeengt für ein Generationenschiff, oder? Also ein Generationenschiff müsste, glaube ich, wesentlich größer sein als das hier. Also, würde ich mal vermuten. Ich glaube, der Raum ist einfach zu klein für so viele Generationen, um dann auch Kinder groß zu ziehen und so. Also, ich glaube, das müsste mindestens doppelt so groß sein für die Größe der Besatzung. Aber, naja. So ist das. Ich halte das auch mit so nem Generationsschiff wie so, wie das hier aussieht, auch nicht für realistisch, tatsächlich. Also, sowas müsste... Sowas müsste auch anders ablaufen. Du müsstest die Leute für ne gewisse Zeit auch einfach in Tiefschlaf versetzen, oder so. Ähm, weil ich glaube, der Mensch ist so für so ne extrem lange Zeit im Alter, glaube ich, nicht so gemacht, irgendwie. Also, der müsste man... Das würde, glaube ich, nur mit ner Kryoschlaf-Sache funktionieren, oder so. Schwerelos, Draht. Wieso liegt der einfach hier rum? Wer hat den da hingeschmissen? Schweinerei. Wohin jetzt? Zu klein, er verläuft sich doch ständig. Ja, aber es ist trotzdem noch zu klein. Es müsste viel größer sein, tatsächlich. Wohin jetzt? Das ist ne gute Frage. Eine ganz, ganz ausgezeichnete Frage sogar. Müssen wir jetzt nochmal nach Paradiso zurück, eigentlich? Wir sind wieder flugbereit. Ich hab ja nur ein Schild von 60. Was ist denn da los? Ich sollte vielleicht mal... Ich hab ja alles im Grafantrieb. Wann ist denn das passiert? Gehen wir mal mit den Schilden ganz hoch. Und, äh, Antrieb hätte ich gerne auch ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. So, was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt für Missionen? Was ist eigentlich dieses Ding mit Kraft aus dem Jenseits? Er wirbt die Kraft auf Cassiopeia 2a. Ja, die Kraft des Saftes. Schauen wir uns mal an, was das ist. Das ist nämlich schon die ganze Zeit irgendwie aktiv. Das gehört doch irgendwie zur Hauptmission. Da können wir ja einfach mal einen Kurs festlegen dahin. Machen wir das doch mal. Kraft aus dem Jenseits ist die Hauptquest. Das ist die Hauptquest, okay. Na, dann springen wir da mal hin. Wir springen hier spannend. Davon kriege ich nie genug. Ein Schiff? Freund oder Feind? Ist die Frage. Liss-Kolonisten. Rufe unbekannte Schiff, bitte. Ach, vielen Dank. Das letzte Schiff ist hergesprungen und dann wieder verschwunden, ohne auch nur zu grüßen. Wir sind von der, äh, Liss und wollen zu unserem neuen Zuhause. Schon wieder. Aber unser Grafantrieb ist, naja, ziemlich alt. Na. Den Geist aufgegeben. Wie geil, ey. Ist heute Kolonistentag oder was? Ihr seid also in diesem System gestrandet. Und unser neues Leben ist nur zwei Sprünge entfernt. Wir haben eine Werkbank hier, aber wir brauchen Eisen. Und zwar jede Menge. Dann müssten wir einige Reparaturen durchführen können. Hast du welches? Wir zahlen viel mehr, als es eigentlich wert ist. Ich habe keine 20 Eisen. Falls du Eisen findest oder kaufen kannst. Wir fliegen nirgendwo hin. Hatten wir nicht schon mal so eine Quest angenommen? Ich kann mich dunkel erinnern. Na toll. Schon wieder ein Kolonieschiff und schon wieder ein Grafantrieb, der nicht vorhanden ist, beziehungsweise nicht funktioniert. Heute ist echt der Wurm drin, was Grafantriebe angeht. Hast du schon eine Kraft? Jaja, wir haben eine an mir schon bekommen, tatsächlich. Das ist jetzt aber schon... Oh Gott. Das ist jetzt schon so lange her, seit wir die bekommen haben. Asteroiden sprengen. Naja, habe ich wieder vergessen. Stimmt. Jaja, habe ich vergessen. Habe ich vergessen, habe ich vergessen. In den Dingern steckt ja Eisen drin. Jaja. Und an dieser Stelle endet diese Folge Starfield. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Starfield, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE-Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit, da mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.